Willkommen! Heute habe ich ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie. Und zwar eine dreiteilige Ecke unter 94,54 oder 64, weiß ich jetzt nicht genau, in einem melierten braunen Stoff. Eine Messegabitur aus Holland mit Federkern im Sitz, klassische Optik, die Optik wie Sapporo von Machalke zum Beispiel, in einem wirklich robusten Stoff, ein Flachgewebeschark Haarstoff, grob gestrickt und damit auch sehr, sehr wertbeständig. Die Garnitur ist im Bauhausstil gehalten, ganz klassisch, ohne jeglichen Schnickschnack und bietet viel Platz für die ganze Familie. Sie können liegen auf beiden Seiten, in der Ecke und natürlich auch hier. Vor allen Dingen sitzen Sie aber hier hervorragend mit Federkern im Sitz, mit eher festem Sitzkomfort, jahrelang mit der ganzen Familie, sitzen liegen, nimmeln, für einen sehr günstigen Preis. Ich habe eine Garnitur aus Messebeständen, von der Messe in Holland. Wenn Sie die haben wollen, schnappen Sie zu. Die Masis finden Sie hier im Angebot. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Gruppe bei sich bald zu Hause haben. Okay? Dankeschön und Tschüss und Klipp!